Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge und vorletzte Folge, die waren ziemlich groß. Ich krieg das nicht auf den Wein mit 2 Minuten. Aber wir versuchen mal unser Glück jetzt hier. Wir haben hier, äh, die Fähigkeit. Also könnten wir den ja aufschalten, ne? Erstmal. Ja, komm. Die Träuberlage. Na. Also auch noch. Ah, meine Finger sind schon wieder erregt. Soweit von Exxon, ehrlich mal. So. Ist vielleicht auch ein Zeichner, der die Pause machen sollte. Ihr wisst ja, ich nehme mehrere Folgen auf einmal auf. So, äh. Gab es hier was? Ja. Geht drinnen. Nahrung voll. Wir haben nichts. Nicht nichts. Ach, hier hinter. Okay. Na, auf. Brauchen wir einen Schlüssel bestimmt, ne? Nee, doch nicht. Okay. Geht dazu. Reicht schnell. Tunkse mal, ja. Und, ja. Nein. Siegerliche Spinne. Ei, hier. Hey! Das ist schon! Das ist schon! So! No! Machen wir mal wieder ein bisschen Action, ne? Die Folge. Jungs! Oh, ich hab so viele hier. Nee, okay, der nicht. Der nicht, der keine Ratte Gnade hier. Na, wo bist du? Hööööööööööööööö. So. Weg ist er. Abschließen. Der ist da oben. Hier ist mein Ding. Na. Gut. Hier ist noch. Ein Schatz. Äh, finde die Schlüssel. Äh, 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 äh. Den habt bestimmt wieder irgendjemand. Okay. Jungs, fette Schlüssel von euch. Erzählt mal. Ah, der machen wir mal gleich kaputt. Oder ihn kaputt. Irgendeine Hand mit Schlüssel. Das ist schwer, ne? Hallo? Hallo? Weil ich da nicht schläft. Hm, hm, hm. Schlüssel, Schlüssel. Wo bist du? Hä? Ich seh' keinen Schlüssel. Haben die im Folien lassen? Oder was? Kann das sein? Da sind auch noch welche. Eingesammelt haben wir doch alles hier. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Äh. Du gehst nicht. Ach, denk Gott. Ach, 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 ach. Da ist er. Ach, 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 ach. Ey! Na, komm mal, das Leben. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Trotzdem, wir haben die Schlüsse noch nicht gefunden. Ah, Narren drin. Wir haben die Tür kaputt. Ja, ja, ja. Bloß wo? Hängt der vielleicht irgendwo hoch? Ah, da ist noch einer. Ich werde halt den Schlüsse noch nicht mal schauen. Nein! Hm. Ich bin da kaputt geschossen. Moment. Warte mal. Mach mal so. Hm. Gut. Hä? Momentan läuft der nicht so gut. Aber ich war so, als wenn ich schon irgendwo schon mal den Schlüssel gesehen hatte. Moment. Äh, so. Weiter geht's. Ha! Hm. Aber hier geht's nirgends wo lang, ne? Doch. Komm hier rein gerutscht. Komm hier rein gerutscht. Die Sonne steht tief. Ich seh nirgends. Ich seh nirgends. Mach mal Sonne aus. So. Hier war doch irgendwie ne Tür wo wir von der anderen Seite reinschießen müssen, ja? Jaaa. Jaaa. Ich muss auf die andere Seite. Ja, eben. Ich soll mal reden. Oh, da können wir ja kaputt schießen nehmen. Äh. Äh. Von oben? Nein. 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 Ich muss auf die andere Seite. Hier kommen wir nicht rein. Oder? Ah, doch hier. Da ist fertig. Hier ist der Schlüssel. Den haben wir aufgedeckt. Ehmbert. Ziel markieren? Den tun wir mal. Torsche? Zeig mal wo ist der? Ach da. Stufe 2. Das ist mit dem komischen Schlag. Okay. So, dann hält mir das. Aber wir haben auch keinen Schlüssel. Oh, hier ist nur noch ein. Nimm mal. Wir müssen ja immer so zum Ende kommen. Muss echt nochmal alles ablaufen hier. Alle Toten oder was? Die Schlüssel haben wir noch nicht. Der würde von ihm weggelaufen sein, oder? Ja. Hm. So Terra, mal ganz ruhig. So. Ähm. Irgendwo hatten wir doch den Schlüssel gesehen. Aber nicht hier drinnen. So. Hm. Der wird jetzt auch nicht immer angezeigt. Warum auch immer. Wir haben den Dicken hier unten. Ähm. Erledigt. Wobei der würde wohl den Schlüssel haben, oder? Da brauchen wir die ja viel. Hm. Na mal testen. Oh. Äh. Äh. Boom. Hä? Hä? Wo soll der sein? Bitteschön. Da auf dem Turm vielleicht? Ach. Hier. Guck. Da. Alles klar. Also müssen wir da irgendwie hoch. Okay. Äh. Hä? Wie kommen wir denn auf dem Käfig rauf? Okay. 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 Oh. So. Na da hätten wir ja lang suchen können. Ne. Ne. Hier nicht. Ne. Wobei das. Jo jo. Es lohnt sich doch ab und zu mal nach oben zu gucken. So. 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 Und trotzdem haben wir immer noch nie dieses Pferd. Ja. Wo gehen wir erstmal wieder raus? Hier sind wir glaube ich reingekommen. Ja. Ach. Wir machen ja mal den Schnellreinspunkt fertig hier. Wenn wir schon mal da sind. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ach warte. Hier ist doch keiner mehr. Dann sagen wir mal Shit auf das Liebespferdchen. So. Wo ist es? Natürlich. Natürlich geht es hier nicht runter. Oder? Ja doch. Alter. Gibt es so viele Schafe. Gibt es da auch noch Reichtümer? Doch. Die kommen wir gar nicht so hoch. Gesehen denn? Äh. Hier. Höhe? Hier hoch? Da rein. Macke-Code Ist aber hier ja unten, ne? Da, genau Ah, da Gut versteckt Okay, na dann hoch So haben wir den Schnellreisepunkt Und in meinem niedrigen Leichtsinn, denke ich mal, haben wir 20 Minuten erreicht Och ja, jo ja So, in der nächsten Folge gehen wir echt, ehrlich, gehen wir zu Gunnar So, unser liebes Tölpel Warte, ich fuhre erstmal auf dem Weg und dann wo ist das Pferd Da kann sogar sein, dass er hierher kommt, das wäre schön Sicher ist sicher Es sind ja vielleicht zwei, ah ne, ist einer Der ist da unten Komm Er wird wieder länger als 20 Minuten Aber ist egal, dann haben wir den auch noch Und Spiegler, ja Wie ist das denn jetzt? Huh? 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 Well You 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 ja hey wenn man schuhe hier für faxen Oh, komm! So! So, uuuh, Feuer! Ja, 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 ja! Alles gut, alles gut, alles gut! Lololololo! So, Tupel steht ihn noch. Mal lassen ihn erst mal ausbrennen. So. Und? In diesen alten Welten lag ich oft und betete. Die Blätter mögen mich bedecken. Damit ich sie wie ein Tuch über mich ziehen könnte und dem Gehörnten in einem Bett aus Blättern begegne. Ja, bitte mich zur Ruhe. Mit einem Lied. Dieses Lied wird nur aus dem Geräusch der Knochen bestehen, die Uhr dir bricht. Na, die singen euch doch kein Liedchen hier. Nö, nö, nö. So. So. Alles klar. So. Wir schauen mal kurz in. Ohrens Menü. Den haben wir hier erledigt. Ah ne, der ist aufgedeckt worden, ne? Wer haben wir jetzt besiegt? Hä? Ach, das war die Markierung. Alles klar. Wir heben sie mal kurz auf. Wen haben wir jetzt besiegt? Wen haben wir jetzt besiegt? Ach, er hier. Äh, ja. Gut. Der gehört zu dem Zweig. So. Der Vater. Wer ist der Vater? Ist das vielleicht unser eigener Bruder? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier noch die Zwinge. Da fehlen noch Hinweise. Die haben wir auch noch nicht aufgedeckt. Oh Gott. Oh Gott. Und entdeckt der Magister. Alpher. Alpher. Aha. Da haben wir noch einiges zu tun. Aber da haben wir ja gesagt, da machen wir alles mal so. Wenn wir jetzt gerade drauf zu stolpern, ne? So. Den Punkt haben wir frei. Und die ganzen Sachen haben wir aufgedeckt. Neu. Und wir haben gesagt, beim nächsten Mal, in der nächsten Folge gehen wir hier mal jetzt Gunnar aufsuchen. Dann muss er hier irgendwo sein. So. Und irgendein Baum. Wir nehmen dieses Pech. Guck mal hier ist noch Gold. Ja. Da werden wir als nächstes den Reiken. Zu dem Schatz. Steinmännchen. Das lassen wir. Also. Ja gut. Schnell verteilen. Gut. Dann machen wir jetzt hier Feierabend. Ich bedanke mich für's Einschalten. Für's Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr möchtet. Bis dahin. Bye bye. Euer Terra. Ciao. Bleibt gesund. Bye bye. Bye bye. Bye bye.